Da hättest du dich noch mal retten können. Ich hab zur nächsten Palette. Da ist keine Palette. Geh zur nächsten Palette und bleib der Mann liegen. Die wird dich schon aufheben. Bleib da stehen. Bleib in der Palette drin und sie soll sich da drinnen... So, Moment, Moment, Moment. Oh, lässt sie dich liegen? Ich hab'n Scheiß, bin klar. Jetzt. Eh?